Hallo und herzlich willkommen zurück zu Resident Evil Revelations 2, Part 5. Wir sind jetzt schon mit Barry Burton unterwegs, dem werten Vater von Claire Burton, nein, Maura Burton. Ich kann sie einfach sehen. Oh, oh, oh. It's close, but it hasn't seen us. Hm? So haben wir da gefunden, Pistole-Munition. Ähm. Was, wie? Ein Schleichergriff kann der Herr Barry. Oh, ho, ho. Not bad. Ich höre sie irgendwie überall in meinen Kopfhörern. Okay. Okay. Hm. Kann man Zombies auch vom Teil anschleichen? Na ja. Na ja, meine Freunde. Gefällt euch das? Da geht's noch mehr, wo das herkommt. Hm. Hm. Hallo. Was bist du denn? Wie? Ach so. Was? Muss du? Sie hörte wirklich von ihr wahren. Ich mag die Fähigkeit, wie sie dargestellt wird, eigentlich auch jetzt, da von Talia. Ah, da machen wir doch einen auf Stealth. Sehr schön, sehr schön, Barry. Sehr vorbildlich. Ich frage mich, warum gerade ein Barry, der bis in die Zähne bewaffnet ist, jetzt ein Stealth-Element eingeführt wird. Irgendwas? Hast du einen Helm auf? Hallo! Ah! Hallo, hallo, hallo! Oh! Also wirklich... ... ... ... ... Er erinnert mich an einen Wacki-Dacki. Was hat der Dude vor? Jetzt nicht mehr viel! So. Kiste aufnehmen und ablegen? Was? Wie? Okay. Okay. Das war's wohl nicht. Hm. Hier vielleicht. Ach. Entschuldigung. Skype. Funk dazwischen. Das sollte ich gesehen. Natürlich. Natürlich. Natasha hier. Schlüssel hängt da. Ich will so nicht sagen, aber... Klassiker. Ich will so nicht sagen, aber... Klassiker. Nimm das! Nimm das! Kann sie ziehen Steine sammeln? Ich will so nicht sagen, dass ich mich nicht mehr schlafen kann. Okay. Ich bin klar. Ha. Du bist braver als ich. Weil... Hm. Schießpulver. Immer gut. Kann man mit Kokain vermischen, dann hat man diesen Bekannten... Dingsschuss. Ah, Werkbank. Ist das nicht die Location, wo ich mit Jill vorher war? Also nicht Jill, Claire und... Nein. Wir durchwandern jetzt aber nicht dieselbe Location, einfach nur mit Barry. Da ist jetzt halt Siegelsteine herumliegen. Und ich keine Shotgun mehr habe. Ist das eine Kontrollruppe? Ja. Du bist weit... Hilfsbereiter als Mora. Barrys doofe Tochter. Können wir das... Wie ziegeln? Sehr gut, sehr gut. Nein, da kam doch schon mit... Da kam doch schon mit Claire! Hallo? Was glaubst du eigentlich, wer du bist? Das war einfach so... Ich sollte vielleicht mehr auf andere Munition setzen. Ach, das finde ich jetzt aber ein bisschen ätzend. Das ist... Eigentlich ein bisschen dreist. Stich. Hauptsache diese Dingerfahrende herum. Ah, falsche Seite. Ich, Idiot. Ich, Idiot. Komm, bring einen Chill-Sandwich-Witz. Brauch ich den Strom jetzt? Ich komm ja gar nicht rein. Aber schauen wir mal, vielleicht können wir das auch einfach wieder abschalten. Nein. Wer ist das hier, der Headshot? Okay, soooo. So, 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 so. Wo war ich schon hier blieben? Chill-Sandwich. Die Kamera ist ganz merkwürdig, wenn man läuft. Das ist... Die Kamera ist ganz merkwürdig. Die Kamera ist ganz merkwürdig. Die Kamera ist sehr merkwürdig. Und dann bleiben. Wenn er schon im Boden liegt. Oh, nur mal vier Schuss. Ohhhhhhhhhhhh Tja Natalie, da musst du jetzt deinen Kopf mal hinhalten Ne, ich glaub das... Nein, nein Ich probier das jetzt einfach I'm on the way! Okay, Natalie wurde gekämpft einmal Okay, also wir kommen jetzt nicht einfach so durch Okay, das ist voll okay Vielleicht war ich vorher doch schon richtig Ich bin jetzt ganz unnötigerweise in die falsche Richtung gegangen Ah! Ah! Was sind das für Fußspuren? Jetzt stehen sie still Super! Super! Du hast gut gemacht Super! Ich kann nicht nur Natalia verlassen Ich kann nur Natalia verlassen Hallo! Geht doch! So! Jetzt haben wir ein bisschen verschwunden So, 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 so... Was haben wir hier? Wo haben wir das? Eine Customation Box? Oh, so, so, so... Aber wir hätten noch einmal... Nee... Was machen wir das? Wir könnten wahrscheinlich raus von diesem Weg, wenn der Weg klar war Oh! 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 Das war ja mal wirklich unnötig! Komm, Aura! Oh! Ich hab's dir schon einmal gesagt! Du hast gut gemacht! Genau! So! So, 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 so... Durch die Tür! Auf den Tisch! Rein die Box! Licht an! Nicht zu nah ans Feuer gehen! Auschecken! Checken, checken, checken... Ich könnte mehr auf Mora setzen! Ich weiß... Mora, die eigentlich Natalie heißt... entdeckend... 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 Ich kann nicht genau nachher... Ich kann nicht... Ich werde nicht mehr auf... Aber ich werde nicht mehr auf... Ich werde nicht mehr auf... Entdeckend... Auf... Die都是... Entdeckend! Aber hallo, was haben wir denn da? Ah, Pistolenmunition. Barry. Ah, da hab ich die Feuerwehr. Ah, da hab ich die Feuerwehr. Auspustversuche. Barry, man merkt, du und deine Tochter erwarten derselben Taschenlampenschule. Oh ja, da hab ich das. Dumm-di-dum-di-dum-di-dum. Oh. Jihah. Pistol, Pistol, Pistol. Uh-huh. W-hm-hm. W-hm-hm. W-hm, wir hier was... Ziemlich drischstes Gefängnis eigentlich. Kann mich grad nicht erinnern, war das hier? Nein! Oh man... You're going down! Immer... Sicherheitsfeiern... Hm... Short Zip... Oh ja... Großer Hebel ist immer gut zum Umlegen. Bericht über Fluchtversuch... Arbeit ist besorgen... Als er zu fliehen versucht hat er seine Leiche... ...wurde augensgemäß entsorgt. Die Benutzung von Zelle Nummer 1... ...gleich nicht nur eines ersten Stocks... ...ist strikt untersagt bis die Wand dort repariert wurde. Zelle 1... Haben die denn Nummern? Da ist natürlich Big Boss drinnen. Da ist natürlich Big Boss drinnen. Wo war diese Türe? Kommt, meines sind hier bekannt. Sieht alles gleich aus hier! Ach, Mensch... ...die halten aber auch jetzt auf einmal mehr aus. Was? Bitte... Was ist das für eine Scheiße? Random, oder wie? Was ist denn Hotshots? Die Python... Ich will endlich die Köpfe Platz ziehen! Ist das denn die Möglichkeit? Ich brauche deine Hilfe! Kleine Hände! Ja... Ich bin wie, deine Zbuster! Ist das denn welcome als dieser der Neue, ... Imperium mitíp queens? ... und mich nochmal da... Auszarded zu kieren! Ist das denn das gar nicht sicher? Ich habe es nicht mehr... Sof. Soll. Toll, toll, toll Ich bin verwehrt Wozu habe ich die Tür nochmal aufgemacht? Hm Zählen wir uns gleich an den Eingang des ersten Stocks, ist strikt untersagt Eingang, erster Stock Hm Kiste Hör Oh Hallo Mhm Folge den Fußspuren Oh Das war doof Ich weiß Komm schon Komm schon Ich muss sagen, ich bin ein bisschen nervös Damit Kleiner natürlich ganz alleine Ah, da ist er her Oh 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 Draußen Recycling Ende Oh 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 Du kennst das überhaupt nicht? Nein. Entschuldigung. Es ist alles gut. Fast da. Still mit mir? Ja, ich habe starke Beine. Ich vergesse immer zu laufen. Ja, ich sehe schon, wo das hinführt. Und so. Tja, was fragst du noch? Wir werden uns mit dir, kleine Mädchen, mal wieder in eine äußerst absurd, gefährliche oder unnötig gefährliche Situation. Barry, es ist lockt. Was mache ich zu tun? Schau für eine Klappe. Du musst die Locke brechen. Siehst du irgendwas, das du da mitnehmen kannst? Ja. Immer ein Ziegelstein bei der Hand, wenn man ihn braucht. Good work. Good work. Wie ein Herb. Natürlich. Wieder ein Topaz. Das sieht mir nach Regen aus. Und schwupps, unten links hier. Hm? Bitte mal. Du gehst vor. Psst. Da ist etwas drin. Ja, deshalb solltest du den Licht anlassen. Und schon wieder der Cursor. What the fuck... Also... Was... zum Arsch... Das Grown-Up-Stuff. Das Grown-Up-Stuff. Ah, ich glaube... Hm... Was für eine... Was für eine Waffe... Was für ein Dings... Hat er irgendwelche Explosives oder sowas? Was für eine... Was für eine... Es ist ein bisschen rasch hier. So, wir heizen den jetzt ein. Ach, wir nehmen einfach unsere Automatik. Oh... Woher geht es? Ja, das frage ich mich auch. Was soll man ziehen? Was soll ich anfangen? Oh, was soll ich Zeit sein? Was soll ich das kasten? Was soll ich das mal? Um Kind zu sparen. Oh, was soll ich das mal nicht? Oh, was soll ich jetzt die Welt? Oh, was soll ich das mal sokommen? Oh no... Man... Oh... Hm... Hm... Wäre ich jetzt furchtbar erschrecken? Wisst ihr gar nichts? Sag dir einen Schiss, ich halb in die Hosen! Hier ist der... Sturmgewehr! Wow! Fuck it! Okay... Armader hier! Das ist eine Sache, die aus dem Brief verlassen. Diese Isle ist komplett verrückt. Ist verrückt? Ich weiß nicht, ob verrückt das richtige Wort dafür ist. Wo ist das Tier jetzt? Tier. Wie immer. Was auch immer. Fuck it. Raus hier! Nein! 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 Warum? Warum? Komm! So schön war es mit seiner... Mit Claire und seiner Tochter. Keine Quick-Time-Events. Nein, Quick-Time-Events. Kein Button-Mashing. Ich weiß nicht, Junge. Wir halten unsere Augen ab, damit es mehr gibt. Und immer noch mehr. Das ist schon ziemlich den Fenster. Hallo. Da. Licht. Warum ist da einfach so ein Scheinwerfer? Will ich das wissen? Das hier. Wir sind schon ziemlich atmosphärisch. Barry, das ist dein Job. Ich glaube nicht, dass wir den Stealthen können. Aber probieren könnten wir es. Okay. Hmm. 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 Fuck. There's something ahead. Be careful. Ah. Und. Aus. Was zum Teufel. Ah. Ja. 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 Dann muss auf. Ich stelle mich auch gerade wirklich wieder extremst dämlich an. Jetzt schieß doch ein Deck. Was geht mit dir? So. Wo wollte ich eigentlich hin? Du hast doch da gerade. Genau. Wie ist denn eine Kiste oder sowas? Mach sie kaputt. Oh Gott. Oh Gott. Oh. 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 Eine Kiste. Das freut mich. Oh Gott. Immerhin. Keine... Keine Dietriche. Die man verbrauchen kann. Die man ruinieren kann. Eine Ruby. Okay, und was bringt uns das? Eine Lichtung? Außer mit Ziegenstein? Ah, Sie mit den starken Beinen. Tja, wir haben ja die bösen Bioterroristen. Auf Russisch, in einem Stück aber lebend, was darf ich nicht so aufhören und Angst zu machen und zu spielen. Es ist Wahnsinn! Es war Wahnsinn. Sie stehen sich gegen Sie, aber wenn Sie alle gerettet haben, dann haben Sie alle hier draus den Weg. Sie stehen sich gegen Sie. Es ist okay. Ura Bora. Und wie? Oh, ziemlich unkompliziert auf jeden Fall. Wer hat sich das einfallen lassen? Das ist eine sehr filmische Perspektive gerade, aber ich... Hey, there! Oh! Oh! Wow! Warum? Ah! Idiot! Wirklich! Oh! Wow! 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 Hey! 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 Ich will den da hinten treffen! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Er macht wieder dieses Ding! Er macht wieder einen... Nein! Nein! Mein erster Barry Burton tot. Oder war's mein erster? Aber... Das ist ein guter Zeitpunkt mal wieder. Ich unterteile meine Part im Tode. Und das ist der fünfte, den ich gestorben bin. Sicher noch der fünfte. Er ist der fünfte, ja. Dann... Ciao! Freue mich bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao! So. So.